Echt mal! Was ist denn Scheiße? Ich will hier doch einfach nur raus! Geht schon los? Anscheinend. Gut. Ich geb's noch bitte auf. Ah ja. Irgendwie schon. Dürfen wir jetzt runter? Danke. Gut, es gibt keinen weiteren Weg. Muss ich nur wissen. Jetzt ist nichts hier raus. Ich hab keine Lust mehr hier drauf. Keine Extrawege, keine Monster, nicht mehr dieses blöde Mädel. Nichts mehr. Ich will, dass das Spiel fertig geht. Sollt, meine Taschenlampe funktioniert nicht mehr. Wir drücken! Hallo! Oh, ich kotze! Und ich kann dieses Scheiß Night Vision nicht anmachen. Und ich kann dieses Scheiß Night Vision nicht anmachen. Ich kann das nicht anmachen. Es geht! Wir mussten nur einen Raum weiter. Es geht nur auf der Kamera. Ah! Na toll! Nicht, wo wir hin müssen. Wenn wir voll in ein Vieh reinlaufen, dann ist das halt... Wenn wir Glück haben, sieht es genauso wenig wie wir. Wenn wir Glück haben, sieht es genauso wenig wie wir. Oh, Scheiß! Jetzt ist es um. Nein. Gut. Jetzt nicht weiter. Scheiße. Warte, was war das? Nichts. Gut. Gut. Also man hat versucht, in dieses Spiel wirklich alles reinzupotten. Ge 이상 des esqu motorcycle. Die Story mit dem Mädel, Monster, die ganz plötzlich auftauchen, Leute, die Kannibalen werden, weil sie in einer Höhle verschüttet werden, die durch Sand, ich rotze. Hier, da kommt ein Monster, hier, da kommt ein Monster, hier, da kommt ein Monster! Ihr wollt mich doch verraschen! Was ist das für eine Scheiße? Jo, da geh ich nicht lang. Das war eine Scheißidee! Ja, was? Kein Foto machen! Wir müssen anscheinend direkt den richtigen Weg gehen. Toll! In der Nase juckt! Wir haben nichts getauern! Das ist eine Tür! Darauf muss man aber auch erstmal kommen. Kann die Tür nicht zu machen, auch super! Kakao! Kakao! Argen lässt... Argen und Michael lassen grüßen! Passt mich bloß nicht an. Da ist ja was zu lesen. Kommen die dann, wenn er das vorliest? Ja, wahrscheinlich. Ich bin schon wieder in einem anderen und ich will kotzen. Sind wir da durch? Jo. Wir kommen da durch! Ich weiß noch nicht, ob das richtig ist, aber wir kommen da durch! Wenn überhaupt! Oh schön! Ich will nicht zurück! Scheiße! Tschüss! Auf Wiedersehen! Oh! Weck mich am! Bitte auf der nächsten Etage keine Monstern! Guck mal, da ist das Firmenzeichen wieder! Vielleicht haben wir ja Glück! Juhu! Wir sehen wieder! Kommt sie die Taschlampe wieder? Nein! Boah! Fuck mal! Echt mal! Wofür? Schönen Tag! Ja! Das wird eine Stimme dabei! Ich freue mich! Nicht! Hallo? Da müssen wir endlich weiter hoch. Dass wir nicht mehr runter gehen. Warte, wir gehen mal hoch. Das scheint sich ja immer zu wiederholen. Vielleicht kommen wir ja endlich raus aus diesem Albtraum. Vielleicht aber auch nicht. Welche Richtung ist denn jetzt richtig? Was soll ich unendlich machen? Boah, weg mich. Wenn man nicht weiß, ob man hoch oder runter soll. Der Kotze! Draußen! Im Wald. Soll. Wie viel lang? Sehr schön! Sollen wir wieder was Neues fotografieren? Natürlich! Boah, fuck. Fast. Das hätte man gut in drei separate Spiele spielen können. Äh, packen können. Und nicht alles auf einmal. Begleit. Wie viel lang? Wie viel lang? die lehrt die die ein k schweig die die Das liest du nicht vor? Äh, einige Leute haben uns heute verlassen, als sie von Rehmens, äh, decision, mhm, entschi- äh, dass er sich für was entschieden hat. Diese Narren, die haben uns verraten, sie haben uns alle verraten, ja. Viele von uns sind durch, äh, den palliativen, äh, Pflege, durch die palliative Pflege gegangen, aber wir, alle wäre viel lieber hier, mit dem ein und alles, Jean Joas Rehmens, ein Prophet, ja. Mit dem einzig Waren heißt es dann nicht mit dem ein und alles, sondern mit dem einzig Waren. Oh, mit zwei Rosen, wie schön. War das auf dem anderen auch? Wir alle haben einen, haben einen Weg umzugehen gewählt. Rehmens sagte, es ist unterschiedlich, je nachdem wie wir es tun werden, also, äh, solange wir nur wollen. Ich habe meine Entscheidung getroffen und werde die anderen, werde bald zu den anderen im Wald stoßen. Ja, ein Selbstmordclub. Oder Sekte. Richtig? Treppen muss man treffen können. Na, sie juckt. Och, da hat mal jemand, ähm, Betten geflippt. Ich fühle, wie mein, äh, wie dieser alte Körper langsam, äh, zerfällt. Ich bin wieder, wie alle anderen, äh, habe wenig Hoffnung für die Zukunft. Ich habe meine, meinen Opfer an Asklebius gegeben und werde das Hemlock, was heißt Hemlock, trinken. Weiß nicht, was Hemlock ist. Gift? Ich kann ihn nicht lesen. Im Wald kann ich nicht, das ist aber nur gut. Oh, da ist zu genagelt. Mittag. Es ist doch besser, dass ich dann... War ja schlau. Da kommt das Bild also her. Silent Hill lässt grüßen. Äh, ich schrecke nicht davon zurück, diese Welt in Frieden zu verlassen, so wie Remens sagte. Ich habe nur Angst davor, dass meine, ähm, Kinder, äh, aufwachsen, äh, dumm aufwachsen, die nicht, äh, wie dumm aufwachsen, die nicht verstehen, was des Remens ein Genie ist. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Wirklich. Was steht da? Ach, ich kann es nicht lesen. Nein, da sitzt keiner. Da steht noch mehr. Wenn man das nur lesen könnte, da auch. Okay, allheilig, allheiliger Tränk jetzt. Äh, erbarm dich über uns. Irgendwas mit nem Sinder. Irgendwas mit nem Sinder. Ich kann da ja nicht alles lesen. Wir sind alle bereit zu gehen. Wenn du uns sagst, wir müssen unser Leben jetzt beenden, werden wir es tun. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen dort zustimmen werden. So krank. Dramatische Musik Dramatische Musik Vielen Dank.